Unsterblichkeit der Seele Die Bibel gibt klare und eindeutige Antworten auf Fragen, die den Geist jedes denkenden Wesens beschäftigen. Besitzen Menschen eine unsterbliche Seele, die den Körper nach dem Tod verlässt? Sind die Verstorbenen lebendig und bei Bewusstsein? Können sie hören und sprechen? Ist es möglich, dass Tote mit Lebenden kommunizieren? Antwort auf erste und wichtige Frage finden wir im ersten Buch der Bibel. In Genesis 2, Vers 7 lesen wir, Und der Herr Gott formte den Menschen aus dem Staub des Erdbodens und hauchte ihm den Odem des Lebens ein, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Bitte beachten Sie, dass Gott keine unsterbliche Seele in den Menschen gelegt hat. Er wurde eine lebendige Seele oder lebendige Person. Vielleicht kann eine einfache Gleichung den Prozess beschreiben. Der Staubkörper kombiniert mit dem Atem des Lebens erschafft eine lebendige Seele oder Person. Wir können dies mit dem vergleichen, was mit einer Glühbirne passiert. Allein kann es kein Licht geben. Es muss an einen Stromanschluss angeschlossen werden. Die Kombination von Glühbirne und Strom erzeugt helles Licht. Der Staub, aus dem wir alle geformt sind, hat kein eigenes Leben. Es sei denn, er ist mit der Quelle des Lebens, dem Atem oder Geist Gottes verbunden. Beim Tod wird der Schöpfungsprozess umgekehrt. Dann wird der Staub zur Erde zurückkehren, wie er war, und der Geist wird zu Gott zurückkehren, der ihn gegeben hat. Prediger 12,7 Mein Atem in mir, Geist Gottes in meinen Nasenlöchern Hiob 27, vor dreiner Geist, Atem des Lebens Tod, kein Atmen, kein Geist Diese lebensspendende Kraft Gottes kehrt zu ihm zurück. Die folgende Gleichung beschreibt den Prozess des Sterbens. Staub des Körpers minus Atem des Lebens ergibt eine Leiche, eine tote Seele oder Person. In der Bibel steht nicht, dass der Mensch eine unsterbliche Seele oder ein bewusster Geist hat. Salomo schrieb für die Lebenden, Dass sie wissen, dass sie sterben werden, aber die Toten wissen nichts. Eine Belohnung für die Erinnerung an sie wird vergessen. Auch ihre Liebe, Hass und Eifersucht sind vergangen und sie haben nichts mehr für immer in irgendetwas unter der Sonne. Tu alles mit ganzer Kraft, Da im Grab keine Arbeit, kein Gerät, kein Wissen oder Weisheit ist. Prediger 9, Vers 5, 6 und 10 就是 auf die Erinnerung an sie nicht müde pickwerfen. Vielen Dank.